. 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 Und, wo stehen wir? Wo wir stehen? Ja, genau. Vom toten Gesicht wurde ein Foto hochge... ...im sozialen Netzwerk veröffentlicht. Vom Täter ist bisher wenig bekannt. Aber er wusste immer, wann seine Opfer alleine waren. Man sollte dieses Schwein an den Eiern aufhängen. Sagt man so. Am Ende macht's dann sowieso keiner. Jonas, meiner Freundesliste töten, ihr müsst sie beschützen. Natascha, wie sollen wir das denn machen? Bisher tauchte dieses Kaliber von Verbrechern nur in Schlagzeilen auf, an denen ich auf meiner Timeline vorbeiscrollt. Also mein Ratschlag wäre es, sich immer auszulocken, wenn sie vom Rechner weggehen. Und ihr Smartphone nie bei Fremden liegen lassen. Jana! Stehenbleiben! Sie halten diesen Fleischer also nicht für Schuldfähig. Der Mann leidet unter starken Komplexen. Ich lass nicht zu, dass er der Star der Story wird. Das war alles so fern von meiner Heimatstadt Heide. Sie reden doch immer nur vom Täter, nie vom Opfer. Ich will wissen, was dieses Schwein meiner Tochter angetan hat! Bis zu jener Nacht. Verkannter Schlappchen! Das Internet ist heutzutage der öffentlichste Ort, an dem man seine wahre Identität verwerten kann. Die scheiß Kamera! Ich dachte eigentlich, du bist etwas jünger. Fünfzehn oder so. Wir machen uns alle ein bisschen jünger im Netz. Stimmt's? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020